Das CAD S62 Pro ist extrem robust konstruiert und vollkommen wasserdicht. Sie können Ihr Smartphone also bedenkenlos Wasserspritzern aussetzen, es nass werden lassen oder sogar unter Wasser tauchen. Denken Sie jedoch daran, die Anschlüsse zu verschließen, um die Wasserdichtheit herzustellen. Und los geht's! Es kann mit den meisten Handschuhen bedient werden oder sogar mit nassen Fingern. Wenn es Salzwasser ausgesetzt wurde, spülen Sie es einfach mit Frischwasser ab. Achten Sie jedoch vorher darauf, den Verschluss für die SIM-Karte festzuschließen, sodass kein Wasser eindringen kann.